Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Dein Podcast mit alltagstauglichen Tipps und Impulsen für dein persönliches Wachstum. Was du von Walt Disney lernen kannst. Moin aus Hamburg, mein Name ist Jan Schmiedl und ich trinke gerne Kaffee. Ja, Walt Disney. Ich hoffe, jeder von euch kennt ihn und die wunderbaren Dinge, die er erschaffen hat. Also neben den Filmen hat er ja dann auch noch die Freizeitparks entwickelt und vermarktet. Aber heute möchte ich mal über die Filme von ihm auch reden. Und ja, über Träume möchte ich mit dir reden. Ja, denn Walt Disney war ein Träumer. Ja, das haben auch anscheinend sehr viele Banken gedacht, die so seine Projekte nicht unterstützt haben. Bis er dann tatsächlich jemanden gefunden hat, der an seine Träume geglaubt hat. Ich wette, das war kein Deutscher. Wir Deutschen haben es nicht so mit Träumen, habe ich manchmal den Eindruck. Dabei waren wir das alle mal. Wir waren alle riesige Träumer in unserer Kindheit. Da haben wir nämlich unsere Träume gelebt, jeden Tag. Ich habe in einem anderen Podcast schon darüber berichtet, dass wir alles sein konnten. Ritter und wir sind zum Mond geflogen und ja, alles, was uns so eingefallen ist. Und wir haben uns in unseren Träumen richtig wohl gefühlt. Wir haben unser Leben so gestaltet, wie wir es wollten. Und mit dem Alter, tja, mit dem Alter, da wurden so zwei Stimmen in uns anscheinend immer stärker. Ich nenne sie mal, der eine ist so der Realist, der schaut auch immer, ja, du musst deine Miete bezahlen und ja, hier, du musst dafür Verantwortung übernehmen und so weiter und so fort. Und dann ist noch so ein Kritiker, der sagt, ach, das ist doch alles Humbug. Hör doch bloß auf mit solchen Gedanken. Und die beiden, die sind sehr stark in uns. Und die unterdrücken den Träumer. Auf der Welt sind wir für unseren Realisten und unseren Kritiker weltbekannt. Und amerikanische Firmen laden sich regelmäßig Deutsche ein, um ihre Ideen durchleuchten zu lassen. Denn, naja, wir haben so eine kleine Eigenart. Wir finden blitzschnell mindestens zehn Gründe, wenn nicht sogar mehr, warum Dinge nicht klappen. Überleg mal, wann du von etwas hörst und sofort sagst, das kann nicht klappen. Oder bist du denn von Sinn, so einen Dummquatsch zu machen? Nun, die Welt wäre allerdings nicht da, wo sie ist, wenn es keine Träumer gäbe. Und Walt Disney, wie ich eben schon sagte, war ein Riesenträumer. Und der hat etwas erfunden in seinem Unternehmen. Denn der wollte ja diese Comics verfilmen. Zu der damaligen Zeit revolutionär, der Gedanke. Und also hat er sich gedacht, wie kann ich denn das mit meinem Team und meinen Leuten machen? Und der hat das mit wirklichen Personen genommen. Du kannst das zum Beispiel auch mit wirklichen Leuten machen. Das ist auch sehr einfach. Oder du machst das mit den Stimmen in deinem Kopf. Und der hat halt drei Räume erfunden. Einen Traumraum. Der war eingerichtet, dass er zum Träumen eingeladen hat. Einen Realistenraum. Der hat so die Technik der damaligen Zeit wieder gespiegelt. Alles, was so gerade möglich war. Und einen Kritikerraum. Naja, der war halt so reingerichtet, dass du wirklich alles auseinandernehmen konntest. Und dann ist er mit seinen Leuten in den Traumraum gegangen und hat angefangen zu träumen. Und in diesem Traumraum durfte niemand realistisch sein und schon gar kein Kritiker. Und mit den Ideen, die er aus dem Traumraum geholt hat, ist er dann in den Realistenraum gegangen. Er hat sich das alles angeguckt, hat geschaut, okay, was brauchen wir noch, was gibt es, können wir etwas entwickeln und so weiter und so fort. Und naja, dann ist er mit der Idee, die dann da rausgekommen ist, in den Kritikerraum. Und dann durften die Leute so mal so richtig Gas geben. Und wenn dann eine Idee übergeblieben ist, dann ist er nochmal in den Traumraum gegangen. Naja, das Resultat, das sehen wir alle. Disney-Filme. Das heißt, diese Strategie funktioniert nur für die Kritiker unter uns. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es ganz, ganz schwer für Menschen zu träumen. Das Wort Tagträumer ist ja schon fast eine Beleidigung. Aber was ist denn, wenn wir keine Träume mehr haben für uns selbst? Was hätte Steve Jobs getan ohne Träume? Oder Bill Gates, der geträumt hat, dass in jedem Haushalt ein Rechner steht? Ich befürchte, du würdest meinen Podcast heute nicht hören, wenn diese Träumer auf Kritiker gehört hätten. Ich möchte dich einladen zum Träumen heute. Ich möchte dich einladen, dass du dein eigener Walt Disney wirst. Und das kannst du ganz wunderbar bei einer Tasse Kaffee, vielleicht auch ein Stück Kuchen, wer weiß, händeln, indem du dir einfach mal aufschreibst, wie sieht denn dein Traumleben in fünf Jahren aus. Und gestalte dir mal jeden Gedanken so intensiv wie möglich. Das heißt, schreibe dir auf, was riechst du, was hörst du, was schmeckst du, was fühlst du, wenn du dein Traumleben führst. Und wirklich ganz wichtig, fühl mal in dich hinein. Fühlt sich das gut an? Wenn sich das noch nicht gut anfühlt, dann ist da irgendwo noch so ein Kritiker oder ein Realist, der was zu sagen hat. Fühl so lange in dich hinein, bis es sich gut anfühlt. Und dann, haha, dann erzähle anderen davon und die sollen mal auf dich achten. Hol dir mal deren Feedback ein. Glänzen deine Augen, wenn du davon sprichst? Oder ist deine Körperhaltung auf einmal eine viel offene? Oder hältst du dich gerader? Oder bist du so begeistert, wenn du davon erzählst? Ich habe auch geträumt und ich habe ganz viele Träume. Und ich habe auch ein Vision Board mir erstellt, wo ich Bilder an der Wand habe von Dingen, von denen ich träume, die ich erreichen möchte. Unter anderem habe ich mal geträumt davon, dass ich in einer weißen Villa mit einem Riesenbalkon meine Praxis habe. Und siehe da, im letzten Jahr bin ich mit einem befreundeten Unternehmen weitergezogen in eine Stadtvilla in Hamburg. Und was ist das Haus? Es ist weiß, hat große Fenster und es hat einen Riesenbalkon. Nein, es ist nicht das Haus, was ich mir vorgestellt habe. Das muss es auch nicht sein. Denn deine Träume brauchen nicht zu 100% so in Erfüllung gehen, wie du es träumst. Warum das so ist, erzähle ich dir am Ende. Oder ich habe geträumt davon, ich habe ein Bild, wie ein Mann auf einer Bühne steht da an meinem Vision Board, an der Pinnwand und vor tausenden von Leuten spricht. Ja, ich gebe es zu, ich möchte gern auf der Bühne stehen und ich möchte gern Menschen etwas erzählen. Im Moment gebe ich vor kleineren Gruppen von Menschen so leichte Impulsvorträge, aber meine große Bühne ist ja doch da. Denn ich rede mit dir, ich gebe einen Podcast heraus. Damit dir es klar machst, wenn du nicht träumst, sondern immer nur realistisch an Sachen herangehst, dann ist ganz häufig die Chance groß, dass der Kritiker in dir sogar die realistischen Dinge noch kleinredet. Na, wenn du magst, kann man mal sagen, ist wie beim Pferdemarkt, ja. Mach den höheren Preis, damit du den in der Mitte erreichst. Das heißt, träume groß. Lass dich von Walt Disney inspirieren. Gehe in deine eigenen Traumräume. Denn was du träumen kannst, das weiß dein Unterbewusstsein ganz genau. Das kannst du auch realisieren. Hab Mut. Glaub an deine Träume. Und trau dich zu träumen. Vielleicht ab und zu bei einer Tasse Kaffee. Jetzt lasse ich dich hin, dein Wochenende. Vielleicht ist ja schönes Wetter. Und gutes Wetter, ja, das regt ja meistens auch ein bisschen zum Träumen an. Mir bleibt nur noch zu sagen, bis dann. Der Jan. Und ich schaffee dein Motto. die Schiffe haben einen langen Anteil mit dem Zettkommal. Und jetzt lass noch ein bisschen zum Träumen. Die Diентette ist deswegen auch dazu jetzt viel Zeit,